Dortmund oder Bayern? Welches Trikot ist cooler? Ich war mal wieder im Sportladen und hab mir da die neuesten Fußballtrikots angeschaut. Also das Spanientrikot sitzt top. Und von Espanol sind wir dann zu Bayern gegangen. Hm, ich weiß nicht so genau. Also das Dortmund-Trikot sticht mir irgendwie mehr ins Auge. Ja gut, meine Kamerafrau wollte das nicht filmen. Sie ist halt eher Bayern-Fan. Was sagt ihr? Welches Trikot? Bayern oder Dortmund?